Na gut, Folgen. Ich meine Zahlenfolgen, arithmetrische und geometrische. Was es damit auf sich hat, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Und genau so, und das trenne ich jetzt mal und schreibe dahinter Bildungsvorschriften. Also wie man solche Folgen bildet. Bildungsvorschriften. Gut, ich hoffe man kann es lesen. Ich glaube zum Beispiel in einem Buch oder weiß der Kurbuch, wo könnte heißen, bestimmen sie, ob arithmetrische, geometrische Folgen oder einfach nur Mengen vorliegen. Dann zum Beispiel unter 0,1 ist dann die 14, 28, 52 und so weiter, wie es hier steht. Und weil es nicht so richtig reingepasst hat, habe ich mal unter 0,4 hier ein Halb, ein Eintel, 3 Halbe, 2, 2,5, 6 Halbe, 3, 2 Viertel und so weiter und so fort eingefügt. Und hier unten 0,1, 0,001 und so weiter. Und wie kann ich sagen, werde ich dann später drauf machen. Das heißt, alles ist eine geometrische Folge. In einer geometrischen Folge kann ich durch einfaches Aufaddieren Zahlenfolgen erzeugen. Und zwar, eine echte Folge liegt vor, wenn der Abstand, d wie Distanz zum Beispiel, immer der gleiche ist. Beispiel, wir fangen mal mit der Zahl 1 an und ich addiere jetzt mal die Distanz 4 dazu. Also ich sage einfach, plus 4 und erreiche dann das nächste Glied, das wäre 1 plus 4, 5. Wieder die gleiche Distanz. Das muss immer die gleiche sein, sonst ist es keine echte Folge. Dann erreiche ich die 9 wieder, 4 dazu und erreiche die 13 und das geht dann immer so weiter. Das heißt also jetzt nochmal kurz unterlegt, dass hier sind diese einzelnen Glieder dieser arithmetrischen Folge. Arithmetrisch nochmal, deswegen, weil ich durch Addieren, ich highlighte das mal, diese einer gewissen Distanz, die muss immer gleich sein, immer bestimmte neue Glieder der Folge erreiche. Mal ganz nebenbei, damit man kennzeichnet, dass es eine Zahlenfolge ist, sagt man, das sei Glied A1, A2 und so weiter, A3, A4 und das geht so weit. Bis zu A1, A4 und jetzt sagen wir dann, kommen noch mehrere und dann deutet man Punkte an und sagt man, wenn meine Folge zu Ende sein soll, bis zum so und sovielten Glied, meinetwegen bis zum hundertsten oder tausendsten oder milliardsten oder sonst was, dann heißt das N wäre dann eine Milliarde oder nur 100 oder je nachdem, so weit wie ich kommen möchte. Und jedes Mal ist diese arithmetrische Folge dadurch gekennzeichnet, dass immer die gleiche Distanz D, hier D, dazu addiert wird. Das ist immer das gleiche D, immer das gleiche, das gleiche, das gleiche, das käme dann auch hier dazu und so weiter, bis zum letzten Glied. So und jetzt gucken wir uns das an, wir haben also A N, N ist hier 1, das ist der Startwert, A2 ist N, 3 ist dann N, 4 und ich setze also praktisch immer wieder ein neues N ein und zähle schrittweise vorwärts. Ich darf nicht einfach was auslassen, ich darf nicht einfach sagen A1, A2, A5, A6, A9, also es muss immer schön in der Reihe nach gehen. Dann habe ich es mit einer Folge zu tun und da ja D immer gleich ist mit einer arithmetrischen Folge, also die Distanz zwischen den Einzelnen ist immer gleich. Jetzt gucken wir uns mal in der Formelsammlung was an und zwar steht hier A N ergibt sich aus A1, das ist der Startwert, da fange ich an, plus D, wie die Distanz, mal in Klammern N minus 1. Also hier haben wir es, das wäre eine arithmetrische Folge, ich kürze mal ab, Arith, dann haben wir hier eine andere Variante, also die funktionieren beide. Wie die dann heißen und so weiter, komme ich dann drauf. Ich kann auch sagen, das nächste Glied A N plus 1, also wenn ich meinetwegen das Glied A3 habe und das nächste heißt dann, N wäre jetzt 3, plus 1 wäre dann das Glied A4, ergibt sich aus A3 plus diese Distanz. So, das Ganze jetzt mal, das war also das arithmetrische Beispiel und jetzt nehmen wir ein geometrisches Beispiel. Jetzt mache ich es mal anders, jetzt gucken wir mal gleich in die Formelsammlung. Hier steht, eine geometrische Folge ergibt sich, indem ich sage, ich fange jetzt wieder hier mit meinem A1 an und sage dann, ein bestimmtes Glied ergibt sich aus A1 mal Q hoch N minus 1 Q wie Quotient. Quotient, was hat das, Moment, wir haben es ja hier mit einer Multiplikation zu tun, kein Problem. Bei einer geometrischen Folge sind nicht die Abstände durch eine gewisse Distanz gekennzeichnet, sondern die ergeben sich, indem ich die Glieder durcheinander teile und das Ergebnis des Teilens ist ein Quotient und daher kommt das. Oder andersrum, das nächste Glied wird sich ergeben aus dem bisherigen mal Q. Aha, mal Q. Wenn ich das hier mal umstelle, diese Formel, ich möchte mal wissen, was Q ist, dann teile ich durch AN und dann ergebe sich AN plus 1 geteilt durch das alte AN, also das bisherige, ist gleich Q. Ah, das sieht schon eher aus wie ein Prozent. So, und jetzt ein Beispiel dazu, wir sagen mal Q sei 5 und wir fangen an mit dem Startwert, ich fange wieder mit A1 an. Die werden hier auch mit A und so weiter bezeichnet, also anhand dieses Buchstabens kann man nicht sagen, ob das eine geometrische oder eine arithmetrische Folge ist. Also wir fangen so an, wir fangen meinetwegen mit der 100 an, Startwert sei 100. So, und jetzt sage ich, das nächste Glied, wir hatten gesagt Q sei 4, also muss ich das mal 4 nehmen, mal 4. Dann ergibt sich hier, da raus, 400. Jetzt wieder mal 4 ergibt sich daraus, 4 mal 4 ist 16 und zwei Nullen dran. Wieder mal 4, dann ergibt sich das nächste Glied, 4 mal 16 ist 64 und zwei Nullen dran. Und das geht jetzt die ganze Zeit zu lang werden. Gucken wir uns das nochmal an, Highlight in, äh, Moment, in gelb bitte. Also A1, A2, A3, A4 und so weiter und so fort. Und jetzt mache ich das mal der Unterscheidung wegen N lila. Jetzt kommt mein Q, hier, das Q, das Q. So, und wir wissen ja Q, wenn ich geteilt habe, ergibt sich das automatisch wieder, ist Q der Quotient. Also, heißt das mit anderen Worten, das nächste Glied hier, das wäre A2, ist 400. Wir können das dann gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das nächste Glied hier, diese Glieder, die gelben sind die einzelnen Glieder der Zahlenfolge, ergibt A3, A4 und so weiter. Oh, A4 und ich würde dann weitermachen, bis ich einen Endwert erreicht habe. Gucken wir uns das nochmal an. Probieren wir das mal aus, ob An plus 1 durch N gleich Q ergibt und ob der Abstand immer der gleiche ist. Also, wir sagen A4 durch A3, also 6400 geteilt durch 1600. Das sollte, hier die neuen kann man wegstreichen, ich kürze durch 100. Und 64 durch 16 ist 4. Wir probieren das aus, ob das stimmt für A2 und A1. Also, sage ich 400, das ist A2, hier, dieses A2. Das ist also der Schritt weiter als A1 geteilt durch 100. Gucken wir uns das an. Jawohl, passt, das ist 4. Und das muss ich natürlich dann wirklich überprüfen, ob sich das so ergibt. Das ist aber umständlich, um das auszurechnen, jetzt hier mit dieser Bildungsvorschrift jedes Mal auszuprobieren, sind denn alle Glieder wirklich so? Denn es kann ja auch mal sein, dass eine Unterbrechung da ist. Die Zahlenfolge, die eigentlich gar keine ist, könnte heißen 100, 401, 1600, 6400, 6400 und so weiter und so fort. Und dann wäre durch die 401 die ganze Kette unterbrochen und dann würde nicht gelten mal 4. Ich müsste also jedes einzelne Glied überprüfen. Aber da kommen wir später zu. Ich hoffe, dass der Unterschied jetzt erstmal klar ist. Ich werde das Video jetzt gleich teilen, denn wir werden dann untersuchen, also ich werde einen zweiten Teil machen, wir werden dann untersuchen, ob denn diese Aufgaben dann auch so, ob man die dann irgendwie anhand solcher Gesetzmäßigkeiten, dieser Formeln, ob man das auch rechnen kann. Gut, ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.